Musik Heute betrachten wir ein Kunstwerk von 1900. Das Kunstwerk heisst «L'étude de la géographie» und die Künstlerin Louise Preslau hat es gemalt. Das Bild ist mit einem prächtigen goldenen Rahmen eingerahmt. Schon von weit weg sehen wir im Bild ein Mädchen mit roten Haaren. Was macht das Mädchen? Wir gehen näher an das Werk heran. Das rothaarige Mädchen sitzt in einem dunklen Raum an einem Arbeitstisch. Sie trägt ein dunkles Kleid mit einem weissen Kragen. Sie stützt den Kopf auf die linke Hand und schaut auf ein bunt bemaltes Papier. In der rechten Hand hält das Mädchen einen Zirkel. Ein Zirkel ist ein Zeichengerät zum Zeichnen von Kreisen. Auf dem Arbeitstisch entdecken wir eine Schachtel mit Farbstiften und einen Globus. Hat das Mädchen das Bild gemalt? Ist das eine Landkarte? Lernt sie gerade Länder auswendig? Oder ist das ein frei gemaltes Bild? Das Mädchen sieht aus, als wäre es in Gedanken oder verträumt. Die Künstlerin Luise Breslau wurde in München geboren, wuchs in Zürich auf und hat dann in Paris als Künstlerin gearbeitet. Sie war bekannt für ihre gemalten Porträts. Die Künstlerin hat das rothaarige Mädchen in mehreren Bildern gemalt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020